Leute, das Pott ist sich gar nicht richtig da durch, ne? Kann das sein? Aber ich wollte gerade an den Baum schießen. Ich glaube, ich bin ein dicker Biber. Guck mal, den habe ich auch noch. Kann der dicke Biber vielleicht geil Bäume fällen? Äh. Kann aber noch ein Pimmel werden, wenn du willst. Aua, Aua, nicht hauen. Aua, Aua, nicht hauen. Ich mache doch gar nichts. Doch, doch. Der haut dich nicht. Ja, das ist total. Ich lasse dich ja schon. Du hast ja was normales. Du siehst aus wie so ein Wurm-DJ an dem Ding. So ein bisschen. So. Das ist ein Baby-Anne. Ja, äh, wo wollten wir die... Ach so, deswegen wegen der Brücke, ne? Ja. Wo wollten wir die nochmal hin eigentlich mit der Mob-Falle? Bist du das noch, ey? Ja, hier hinten, komm mit. In den großen Raum, den du mal gebaut hast. Ach da, ja, so groß ist der ja jetzt nicht, ne? Da, wo du drücken wolltest, da kam nix. Ja, weil die despawned sind in der Zwischenzeit, die Dinger. Da waren so hell. Doch, aber der hat mich hierhin bauen, hier neben so, in so einem großen, ähm, Holzkäfig. Und hier so, wo unser Feld ist, was wir eh nicht benutzen. Hast du eigentlich Netflix, Peter? Ja. Hast du schon mal den Tatortreiniger geguckt? Ne. Guck das mal, das ist total geil. Ich find das richtig... Gut oder was? Ich find das richtig gut. Ich baue mal eben die Kiste, die habe in meinem Sauber-Spruch. Das ist hier... Da spielt der Ernie von, ähm, Strombeer. Kennst du den? Ne. Schade. Das ist natürlich schlecht. Ich hab auch keinen Strombeer gehabt. Echt? Gar nicht? Ja, ich weiß, wer das ist und was der so macht. Aber ich hab noch nie was richtiges gesehen. Ach so. War eigentlich immer cool. Haben wir Cocktfish? Cocktfish. Dammit. Was ist denn denn für eine Tussi eigentlich hier? Wem gehört die? Ist das meine? Voll viel Essen hier drin und ein Eisenbahn. Ne, meine ist das nicht. Ich kann dir nix abnehmen. Also, scheiße. Jetzt hab ich schon meine Fotze. Ich hab schon fünf Grinder jetzt. Reicht das? Für einen Mob vielleicht, wenn du Glück hast. Ne? Och. Äh, ja, ich brauch noch Zuckerrohr. Also, ich brauch Bücher. Gab's hier irgendwo Bücher? Gibt's nicht eine Bücher-Dimension oder so? Ja, hier ist ein bisschen Zuckerrohr. Ich hab ja was angepflanzt, ne? Ich hab da unten auch einen angepflanzt gerade. Ne? Ja, hier ist aber auch nirgendwo was. Hier oben ist richtig viel. Wo denn? Hier auf meiner Spezial-Zauberinsel. Aber ich bin so ein bisschen enttäuscht. Weißt du, das kann ich die ganze Zeit mehr leveln mit meiner Lampe. Ja. Bis dann werden wir einen neuen Level. Aber ich würde ein paar Sachen wieder hin, eher gut. Habt ihr gerade auch die Eule gehört hier irgendwo in der Nähe? Wo ist die? Ey. Aua. So, äh. Du bist die Welt des Entities, die hier sind. Kannst du die kaputt schlagen? Die Lampen kann man kaputt schlagen. Echt? Ach, jo. Mage-Lampe. Aber die bleibt doch bestimmt dann hängen, ne? Ja. Wahrscheinlich brauchen die so dauerhaft Mana, wenn du die aktiv hast. Boah. Dann find ich die danach nicht mehr, weil hier so viele hängen. Ja. So. Ey, ich mach den wieder weg. Nick. Wie viele Grindr habe ich denn jetzt? Oh. So, ich habe jetzt acht Grindr. Reicht das? Ha. Ach. Ja, aber warte mal. Wir bauen ja noch Strom für die Grindr, ne? Ja. Dafür darf man nicht unsere Creative Cell benutzen. Ach so. Ja, müssen wir ein paar Solarpanels, muss dann einer bauen. Warte, ich guck mal eben rein. Den Ups. Ach, wir haben gar keinen Zinn, oder was? Gibt Solargenerator. Diese kleinen, weißt du? Muss dann nicht so komisch umcraften? Ja, zusammencraften konnte man die später. Aber eigentlich gab es nicht diese einen Generator, die so voll imbar waren? Furnace Generator, oder? Doch, ne? Das erste Generator, wo du alles reinheizen kannst. Also fast alles. Aber haben wir denn alles, was wir da reinheizen können? Ja, ich meine, Holz haben wir genug hier um uns rum, ne? Oder Holzkohle. Das stimmt. Können wir auch machen. So, acht Grindr hab ich. Ich mach jetzt mal Zinnerz, aber wir brauchen noch wesentlich mehr Ressourcen irgendwie, also. Wow. Wir haben echt sehr wenig. Sehr, sehr wenig. Hm, wie macht man denn hier Strom? Mit den Furnace Generator oder so. Oder halt Lava-Generator und aus der Hölle holen. Lava pumpen. War eigentlich immer ganz gut, weil da hast du dann nur die, äh, den Endertank und den Generator da stehen, weißt du? Ja, das stimmt. Aber da ist der wieder leer, weißt du? Kennst du das ja, ne? Ja. Und dann kommen die aufs Server, weil da so viele Monster hinter sind, hinter der Grindr-Wand, ne? Oh, delicious fish. Ja, wie viele Grindr brauchen wir denn wohl? Sag mal einer, 25 Stück oder was? Fünf mal fünf reicht das? Ja. Ja, ne? Boah. Brauchen wir denn dafür? Das ist wonderful. Wenn du schon eine Zahl willst, sag ich sie dir. Das ist aber wonderful. Oh, Leute, mal die Katze. Was macht die? Die hat jetzt quasi meinen Fisch gegessen und jetzt kann ich im Dunkeln sehen. Hab Haste und Speed. Ja, also ich glaub, wir müssen noch mal Eisen und so besorgen. Really? Ja. Du musst doch hier nehmen. Äh, ne, 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 nicht Eisen. Hier Zinnen und so, das haben wir ja nicht. Zinnen haben wir zum Beispiel gar nix. Zinnen-Machine. Dann mach doch mal. Ja, aber wo soll ich den herholen? Im Schiff. Du hast doch diesen Maulwurf-Skinn, Heiko, ne? Ja. Dann lass uns doch mal ein bisschen suchen. Aber der gräbt nur Erde weg, ne? Oder auch Stein. Nein, aus Stein. Alles, du musst nur tiefer rein. Das hat aber alles meine Schaufel gemacht, nicht das Kind. Ach so, ah, okay. Ja, ich dachte, er kann das vielleicht, weil er gibt ja... Ach, echt? Ja, ich hab halt mit Wein, äh, mit hier Weinmein hat er das abgebaut. Boah, verarscht uns hart. Krass, ey. Wie krass der uns verarscht hat, Peter, ne? Was ist ja Eko-Sahe? Äh, Abmahnung, ne? Äh, Abmahnung. Äh, ist lange her. Abmahnung. Wie ging das nochmal jetzt so? Ab, 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 nee, ab, sage nicht. Also, ich suche alle alternative Energien, ne? Ja. Deswegen gucke ich gerade nach, was ein Scharns-Iso-Sahadron ist. Scharns-Iso-Sahadron. Ja, genau. Ha. Hört sich erst mal... Joa, kann ich mir jetzt kein Urteil zu bilden an, also. Boah, da steht nicht, was da rauskommt. Ich mach den mal einfach hier hin. Pass auf. Den kennen er doch hier, guck. Ich bin gerade hier in so einer Spalte. Junge. Lol. Ich hab... Oh, nee. Oh, das war ein Red-End-Troll-Block. Lol. Leider ist alles kaputt, Peter. Mach's gut. Oh, lol. Tschüss, ihr Trottel, ne? Wow. Da war ein Beacon drin. Yes, meiner. Lol. Dann haben die ja doch einen Sinn. Das ist aber merkwürdig. Okay, warte mal. Was brauchen wir denn? Ich brauch erstmal irgendwas Cooles zum Fliegen hier, ey. Aber der Würfel oder dieses Ding, das klippt auch immer in den Wänden, ne? Diese Kugel, oder? Joa. Leaves. Redwood, Leaves. Wo bist du jetzt? Guck mal, ich hab mir gerade einen Cobblestone gescheatet, ey. Wer von euch hat denn hier in dieser Spalte die ganzen Ameisen-Blocks versteckt? Anstatt dir, ihr Ficker, ey. Ist das normal? Ja. Die sind da standardmäßig. Krass. Glaube ich nicht. Was macht ihr da, Peter? Warte, das leckt nur mal auf Items. Boah, wie die immer schreit, die Tutsi, wenn die mal ein bisschen runterfällt, ey. So eine richtig jähzornige ist das, Alter. Heiko, hab das mein Eimer. Macht ihr denn da? Das ist so ein Milcheimer, Alter. Ne, warte mal, da stand unten alles, was da draufkommt. Ich hab jetzt einen Milcheimer, der hat Holding 1, Last Stand 1 und Smite 4. Fuck, noll. Holding 1? Kannst du da mit zwei Milch aufheben, was? Oh. I'm excited. Das ist alles weg. Mach die denn da. Das ist so blöd. Guck mal, findest du das, Peter? Das ist cool. Oh, Lucky Block. Oh, ein Huhn war da drauf. Wo bist du denn? Ja, ich bin so ein bisschen. Ach so. Oh, warte, ich mach mal eine Lampe weg. Mann, das hier. Ich suche jetzt hier. Oh. Und die Ketten. Alles kaputt. Das ist das denn für ein Scheiß. Ja, Marcel, wie findest du das hier? Das ist auch ganz cool. Was habt ihr denn da? Wo seid ihr? Das ist geheim. Sag dir mal, wenn ich wichse. Das ist nicht geheim. Doch, das ist geheim. Schön. Ne. Welche Katze ist denn hier immer so laut? Ich töte die jetzt. Nein, nur nicht die Katzen, Peter. Lass die Katzen. Das sind meine Katzen, ne? Ja, eben. Lass die Katzen in Ruhe. Wie gut heute, Peter, die Katzen. Krass. Komm mit. Komm mit, Katzen. Aus Spaß. Heiko, hast du vergessen. Aus Spaß. Das ist immer wichtig, der Fall zu sagen. Die kommen nicht über die Deko-Craft-Rücke? Lol. Nicht? Die behindert. Wallah. Suchst du gerade? Zinn oder was? Ja. Okay, warte mal. Ich brauch so richtig viel, aber. Ultimate Pickaxe. Die Endercrawler gebaut. So, jetzt habe ich schon mal neun Grinder. Guck mal. Was singst du denn about this, Sad Sheep? Wo bist du? Bei der zweiten Plattform. Ja. Ja, ist der Jude, oder? Nein, das doch nicht. Ach, die Ketten? Ja. Ah, aber an den Blättern halten die aber nicht, ne? Wollte ich jetzt nur mal sagen, ne? Doch. Die gehen ja durch die Blätter durch und dann haben die halt wieder Haken und dadurch komprimieren sich die Blätter Und wo geht das hier durch? Ja, nach oben Ja, aber hier kommt doch nichts mehr Sollen wir nicht hier unten so ein großes Loch machen auf den Boden? Ja, ich habe weiter hinten eins gemacht an dem Friedhof, der hier direkt vor unserer Haustür ist Da habe ich schon angefangen Ich meine, eventuell für die für die Mobs oder so Ja, könnte man auch machen Ich meine, wir können ja hier farben und dann danach Genau, wäre eigentlich cool Dann kann man von oben reingucken, ne? Durch so eine Glasdecke Eben, dann lass mal kurz gucken Wo wir das am besten hinbauen und so Ja, ich bin jetzt einfach von uns Wollen wir mal Nordöstlich von uns, da wo der Friedhof ist Da ist schon ein Loch Können wir einfach da machen Wir hätten ja auch noch eine Spalte, wo wir das reinballern können Das wäre geil So, äh Ich brauche neue Ultimate Pickaxe Es gibt wieder Zitate auf Twitter, Peter Ich habe fünf Stück Ich habe fünf Ultimate Pickaxen Was? Echt? Krass Ich jetzt auch Dann machen wir halbe Sachen oder was? Ich jetzt auch, also Ne? Das hast du jetzt davon Ich mache nochmal wieder Tag hier Nimm mal kurz meinen Ocelot Boah, das ist voll geil Dann nimmst du den im Inventar und das ist alles hell Peter, dann nimm seine Ocelot Der Ocelot Das ist ein richtig schön spanischer Name Ocelot Dann macht die mal im Inventar Toll Nervt doch irgendwann, oder? Diamonds Sieht nur so aus, aber sie macht das nicht live It's my life Wow Oh, das ist Lavadrona So, kann man den Block dann auch wieder zu Enderperl machen? Ne, ne? Wahrscheinlich nicht, ne? Block auf Ender Ja, ich dachte jetzt so Das sind aber Ende Augen Ja, genau, stimmt Ich dachte jetzt, vielleicht gibt es das in dieser einen Farmwelt, weißt du? Ach so, als Block Weil ich würde da auch nochmal gucken, ob da vielleicht so Zinnbäume sind, weißt du? Da geh ich jetzt erstmal rüber Da ist voll was los auch immer Ach stimmt, Zinnbäume, das würde voll Sinn machen Ja, ne? So Zinnbäume Wer kennt sie nicht, ne? Guck mal, wenn ich Eisen und so abbaue, dann kommen manchmal auch Eisenbarren da raus Warum? Ich glaube, das wegen der Ultimate Pickaxe Weil die so Autos meldet oder was hat Die rastet dann voll aus einfach, Peter Heftisch War das die Unstable-Welt, wo der Drache war? Ja, ne? Oder? Yes Wenn ich da mal wüsste Ne, warte mal Die Unstable war die, wo diese komischen Spawntürme waren, oder? Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher Ich aber Warum fragst du dann? Ja, ich bin ja gerade erst hier rein Der ist sich sicher und frag, ne? Ne, der hat den immer Fotzenköpfe What? Das verstehe ich nicht Ich hab mal ne Frage Darf ich dich was fragen, Peter? Ja,лена lin